Ich begrüße Sie zum dritten Video dieser Serie Einführung in die Produktentwicklung. Nachdem wir uns in den vorangegangenen Videos mit dem Entwicklungsprozess und der Aufgabenklärung beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt mit dem zweiten Arbeitsschritt des Vorgehens nach VDI 2221 auseinandersetzen, dem Ermitteln von Funktionen und deren Strukturen. Schauen wir uns zunächst noch einmal den Ablaufplan für den Entwicklungsprozess an. Die Entwicklung beginnt mit einer Aufgabenstellung und verläuft dann über sieben Arbeitsschritte bis hin zur fertigen Lösung. Wir haben bereits den ersten Arbeitsschritt behandelt. Uns liegt also sozusagen eine geklärte Aufgabenstellung mit einer ersten Anforderungsliste vor. Und wir befinden uns nun im zweiten Arbeitsschritt. Das heißt, wir steigen in die Lösungssuche ein. Und zwar auf einem relativ abstrakten Level, in dem wir beschreiben, welche Funktionen unser neu zu entwickelndes Produkt haben soll. Dabei greifen wir auf die Ergebnisse des ersten Arbeitsschritts zurück. Und zwar insbesondere auf die Black Box Beschreibung des Zwecks. Wir haben den Zweck einer Handbohrmaschine mittels Black Box Modell analysiert und festgehalten, dass der Zweck auch als die Gesamtfunktion der Bohrmaschine aufgefasst werden kann. Die Bohrmaschine selbst besteht aber natürlich nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus mehreren Bauteilen und Baugruppen, die im Zusammenspiel die Gesamtfunktion erfüllen. Im Fall unseres Beispiels sollen das das Netzkabel, der Schalter, der Motor, das Getriebe und die Werkzeugaufnahme sein. Diese Bauteile oder Baugruppe können wir wiederum als Funktionsträger auffassen und ihre Funktion entsprechend formulieren. Daher erweitern wir jetzt unsere ursprüngliche Definition der Black Box und der Gesamtfunktion und sagen, ganz allgemein ist eine technische Funktion eine lösungsneutrale Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen. Damit wir aus den Teilfunktionen die Gesamtfunktion bilden können, müssen wir außerdem definieren, dass Teilfunktionen Elemente der Gesamtfunktion sind und durch ihr Zusammenwirken zum Erfüllen eben dieser Gesamtfunktion beitragen. Um dieses Zusammenwirken zu veranschaulichen, genügt häufig nicht eine einfache Liste, so wie hier, sondern es ist auch notwendig, eben diese logischen Verknüpfungen darzustellen und damit landen wir bei der Funktionsstruktur. Die Funktionsstruktur, ganz allgemein formuliert, stellt die Teilfunktionen und deren logische Verknüpfung dar. Das heißt, wir haben wie bei der Gesamtfunktion Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen eine Systemgrenze, die das betrachtete System von der Umgebung abgrenzt, also im Prinzip eine Black Box, in die wir jetzt detaillierter hineinschauen. Innerhalb der Systemgrenze beschreiben wir die Teilfunktionen und deren logische Verknüpfungen. Um die Grundlagen der Funktionsstruktur etwas besser zu veranschaulichen, betrachten wir das Beispiel eines Wasserkochers. Der Wasserkocher hat die Gesamtfunktion Wasser erhitzen. Das heißt, wir haben als Eingangsgrößen elektrische Energie und Wasser bei Raumtemperatur zur Verfügung. Als Ausgangsgröße haben wir Wasser, das gerade siedet, also eine Temperatur von ungefähr 100 Grad Celsius hat. Wenn wir jetzt in diese Black Box der Gesamtfunktion hineinsehen, dann können wir die Funktionsstruktur veranschaulichen. Wir ersetzen die Black Box durch die Systemgrenze und behalten Eingangs- und Ausgangsgrößen bei. Und jetzt definieren wir ausgehend von der elektrischen Energie und dem Schaltsignal Schritt für Schritt die Teilfunktion und verknüpfen diese logisch miteinander. Das heißt, zunächst schalten wir die elektrische Energie durch unser manuelles Schaltsignal. Ferner erhitzt sich die Heizplatte des Wasserkochers und wir leiten oder übertragen die Wärme an das Wasser, das Raumtemperatur hat und im Behälter gespeichert ist. Das Wasser erwärmt sich und wir können unserem System Wasser mit einer Temperatur von ungefähr 100 Grad Celsius entnehmen. Damit haben wir die Gesamtfunktion des Wasserkochers in eine Funktionsstruktur überführt. Grundsätzlich wäre es jetzt möglich, die einzelnen Teilfunktionen noch herauszugreifen und tiefer zu analysieren. Das heißt beispielsweise die Teilfunktionen schalten, noch weiter zu einer eigenen, detaillierteren Funktionsstruktur zu zerlegen. Darauf kommen wir später zurück. Vorher beschäftigen wir uns aber noch ein wenig eingehender mit den Funktionen selbst. Beim Ermitteln von Funktionen ist es wichtig, zwischen eben diesen Funktionen und dem Verhalten zu unterscheiden. Betrachten wir zur Veranschaulichung noch einmal unser Wasserkocherbeispiel. Wir haben gesagt, die Gesamtfunktion des Wasserkochers ist es, das Wasser zu erhitzen und als Eingangsgröße steht uns elektrische Energie und eben das Wasser bei Raumtemperatur zur Verfügung. Als Ausgangsgröße aus dem System erhalten wir Wasser bei ungefähr 100 Grad Celsius. Streng genommen ist es aber eigentlich nicht die einzige Ausgangsgröße aus dem System. Wenn wir den Wasserkocher genauer betrachten, dann stellen wir nämlich fest, dass es weitere Ausgangsgrößen gibt. Neben dem Wasser bei 100 Grad, das sich im Behälter befindet, entsteht auch Abwärme. Das heißt die Oberflächen des Wasserkochers werden warm. Außerdem steigt Wasserdampf auf und es stellt sich die Frage, warum wir diese Ausgangsgrößen nicht betrachtet haben. Wir erweitern deshalb unsere Definition der Funktion ein wenig und sagen, die Funktion ist die Beschreibung des gewollten Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen. Dem gegenüber steht das Verhalten, das die Beschreibung des beobachteten Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen ist. Wenn wir jetzt also eine Funktionsstruktur aufstellen wollen, beschränken wir uns üblicherweise auf den gewollten Zusammenhang und nur in Ausnahmefällen auf den beobachteten Zusammenhang. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, das Verhalten zu beschreiben. Aber normalerweise kann man in einem ersten Schritt darauf verzichten. Als Nächstes müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie man konkret verbal formuliert. Das heißt, wie man Funktionen so formuliert, dass sie eindeutig und nicht missverständlich sind. Betrachten wir noch einmal unsere Funktionsstruktur des Wasserkochers. Wenn man sich die Teilfunktionen Gleiten und Übertragen ansieht, stellt man fest, dass es mitunter gar nicht einfach ist, eindeutige Begriffe zur Beschreibung der Funktionen zu finden. Und insbesondere würden verschiedene Personen möglicherweise verschiedene Begriffe verwenden, sodass eine Funktionsstruktur in diesem Fall nicht eindeutig wäre. Daher ist es sinnvoll, Regeln für die Beschreibung von Funktionen aufzustellen. Wir haben bei der Funktionsbeschreibung bisher nicht normierte Funktionen, also Beschreibungen ohne Regeln verwendet. Demgegenüber stehen die normierten Beschreibungen. Solche normierten Beschreibungen finden sich in der Literatur und in einigen Normen und die bekanntesten sind die allgemeinen Funktionen, die logischen Funktionen und die Zubringerfunktionen. Wir werden im Folgenden die allgemeinen Funktionen näher betrachten, die in der Produktentwicklung häufig Anwendung finden. Die logischen Funktionen dagegen dienen in erster Linie der Beschreibung von Schaltlogiken und die Zubringerfunktionen werden häufig in der Handhabungstechnik eingesetzt. Die allgemeinen Funktionen beschreiben die Transformation der allgemeinen Größen mit definierten Operationen. Es gibt drei allgemeine Größen, den Stoff, die Energie und das Signal. Als Stoff werden Gestalt- und Werkstoffeigenschaften bezeichnet, also beispielsweise Flüssigkeiten, Gase, aber auch Stück oder Schüttgut. Mit Energie werden alle energetischen Eigenschaften beschrieben, also Kräfte, Momente, aber auch Bewegungen und verschiedene Ausprägungen der Energie, also elektrische Energie oder thermische Energie etwa und so weiter. Unter der allgemeinen Größe Signal werden alle signaltechnischen Eigenschaften zusammengefasst. Das können mechanische oder elektrische Signale sein, aber auch Beschriftungen oder Anzeigen, unabhängig davon, ob sie digital oder analog sind. Als Operation stehen Leiten, Speichern, Umformen, Wandeln und Verknüpfen zur Verfügung. Leiten ist die Änderung des Ortes, speichern dagegen die Änderung der Zeit. Von Umformen sprechen wir, wenn wir die Erscheinungsform einer Größe ändern. Von Wandeln dagegen, wenn wir die Größe selbst ändern. Wenn wir also beispielsweise eine Kraft vergrößern, sprechen wir von Umformen. Wenn wir dagegen aus elektrischer Energie mechanische Energie machen, sprechen wir von Wandeln. Ferner gibt es noch die Funktion Verknüpfen, die wir immer dann verwenden, wenn wir die Anzahl von Eingangs- oder Ausgangsgrößen ändern, also Zusammenführungen oder Verteilungen beschreiben wollen. Damit steht uns mit den allgemeinen Größen und den Operationen nun ein Vokabular zur Verfügung, mit dem wir Funktionen als allgemeine Funktionen beschreiben können. Und da das hier recht abstrakt war eben, werden wir das an drei einfachen Beispielen einmal genauer betrachten. Wir haben drei Funktionsträger. Ein Motor, ein Getriebe und einen Schalter. Die Frage ist jetzt, wie wir diese drei Funktionsträger jeweils als allgemeine Funktion beschreiben können. Der Motor ändert die Art der Energie. Das heißt, als Eingangsgröße steht uns der Treibstoff, also chemische Energie, zur Verfügung und als Ausgangsgröße haben wir die Drehung der Motorwelle, also eine kinetische Energie. Da wir hier die Art der Energie ändern, sprechen wir von Energiewandeln. Anders sieht das beim Getriebe aus. Hier haben wir sowohl als Eingangsgröße als auch als Ausgangsgröße kinetische Energie, nämlich die drehende Welle. Das heißt, die Art der Energie ist identisch. Was sich unterscheidet, ist die Unterscheidungsform. Je nach Getriebe haben wir beispielsweise eine höhere Drehzahl und ein kleineres Moment als Eingangsgröße und eine geringere Drehzahl, aber ein größeres Moment als Ausgangsgröße. Damit sprechen wir von Energieumformen. Da wir die Energieart nicht ändern, sondern nur seine Erscheinungsform. Also die Größe von Drehzahl und Drehmoment. Beim Schalter wiederum haben wir zwei Eingangsgrößen, die elektrische Energie und das manuelle Signal. Und eine Ausgangsgröße. Das heißt, wir haben eine kumulative Verknüpfung, also eine Zusammenführung von zwei Eingangsgrößen zu einer Ausgangsgröße. Mit den allgemeinen Funktionen können wir jetzt die Funktionsstruktur für unseren Wasserkocher ein wenig überarbeiten und eindeutiger darstellen. Das heißt, wir wissen jetzt, dass unsere Funktion Schalten eigentlich ein Verknüpfen ist. Und die Funktion Erhitzen ist eigentlich ein Wandeln von elektrischer Energie in thermischer Energie. Auch unsere ursprünglich etwas umständlich formulierte Funktion Leiten und Übertragen können wir jetzt durch ein Verknüpfen ersetzen, indem wir die thermische Energie und das gespeicherte Wasser bei Raumtemperatur als Eingangsgrößen verwenden und als Ausgangsgröße dann das Wasser mit einer Temperatur von 100 Grad Celsius als Ausgangsgröße verwenden, die über unsere Systemgrenze tritt. Wenn man die allgemeinen Funktionen zur Beschreibung verwendet, ist es überhaupt nicht mehr nötig, die Funktionen tatsächlich verbal zu beschreiben. Da es nur wenige allgemeine Größen und nur wenige Operationen gibt, kann man sehr gut auch eine Symboldarstellung verwenden, wie man sie hier dargestellt sieht. Dadurch lässt sich die Funktionsstruktur des Wasserkochers weiter vereinfachen, ohne dass die Aussagekraft oder die Information bzw. Informationsgehalt verloren geht. Jetzt können wir also Funktionsstrukturen erstellen und es stellt sich nur noch die Frage, wozu eigentlich? Und das bringt uns zur Zusammenfassung und zum Ausblick dieses Videos. Was haben wir in den vergangenen Minuten behandelt? Wir haben betrachtet, wie man Bauteilen Funktionen zuordnet und diese zu Strukturen verknüpft. Der nächste Schritt ist der Einstieg in die Lösungssuche. Die Funktionsstruktur bietet da zwei Ansätze zur Lösungssuche. Zunächst einmal kann die Funktionsstruktur selbst variiert werden. Beispielsweise könnte man einen weiteren Verknüpfer in die Struktur einfügen, um ein Signal zu generieren, sobald Wasser eingefüllt wurde. Dieses Signal könnte man mit dem manuellen Signal und der elektrischen Energie verknüpfen, damit es beispielsweise nicht möglich ist, den Wasserkocher ohne Wasser in Betrieb zu setzen. Man könnte umgekehrt auch eine Abschaltung beim Erreichen der 100 Grad Celsius hinzufügen und so weiter. Wenn man diese Variation dann abgeschlossen hat und die Funktionsstruktur endgültig feststeht, ist es notwendig, Lösungen für die einzelnen Teilfunktionen zu finden. Also beispielsweise kann man unterschiedliche Umsetzungen der Funktion Verknüpfen verwirklichen, so wie wir es hier auf der Folie sehen. Diese Umsetzung könnte beispielsweise eine Heizplatte sein oder aber auch eine Heizspirale. Man sieht also, mit der Funktionsstruktur steht uns ein einfaches Modell zur Verfügung, dass es uns bereits in einer frühen Phase der Entwicklung erlaubt, relativ genau zu definieren, wie die Lösung aussehen soll, das heißt, welche Funktionen umgesetzt werden sollen, und es strukturiert die Lösungssuche, indem für die definierten Teilfunktionen mehrere Lösungsvarianten gesucht werden können. Wie diese Lösungssuche dann gestaltet werden kann und wie man überhaupt Lösungen findet, werden wir im nächsten Kapitel und im nächsten Video behandeln. Damit danke ich wieder für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.